Die Sendung wird unterstützt von Speicher Handwerk AG, Ihr Fachgeschäft für Naturfaserkleider. Speicher-Handwerk.ch Wenn man Salome so sieht, will man nie denken, dass sie früher mit einer kriminellen Bandi um die Häuser gezogen ist, Drogen genommen, Einbrüche gemacht und Depressionen gehabt hat und nach einem Suizidversuch in der Psyche gelandet ist. Ich bin hier in Herisau im Apizellerland unterwegs, zu Salome Stutzheim. Sie ist Mutter von fünf Kindern. Es sitzen aber häufig noch ein paar mehr am Tisch. Nämlich dann, wenn Salome ihre Tageskinder da sind. Salome fühlt sich sichtlich wohl in ihrer Rolle als Mutter und Tagesmutter. Und sie ist auch sonst sehr ein aktiver Mensch. Ich stehe jeden Morgen früh auf und gehe mit unseren Hunden laufen. Die frische Luft tut mir einfach gut. Ich gehe gerne ins Fitness, bewege mich, baue meine Kräfte auf und das ist etwas, was mir sehr hilft in meinem Alltag. Wenn ich zurück bin, mache ich mich für den Tag bereit. Die täglichen Abläufe, wie aufstehen, anlegen, mich schminken, sind für mich mega wichtig. Wenn ich das nicht mache und nicht zu mir schaue, bin ich in der Gefahr zurück in alte Muster zu gehen, wie Magensucht, Bulimie oder an Depressionen. Darum mache ich mich ganz bewusst für den Tag bereit. So kann der Tag starten. Und ich bin jetzt hier in der Stube von der Familie Stutz. Salome, danke vielmals, dass wir hier sein dürfen. Wir haben es gerade gesehen. Du bist ein Bewegungsmensch. Morgenroutine mit den Hunden laufen. Dann der ganze Tisch voller Kinder. Ich war schon mit meinen drei Kindern überfordert. Woher die Power für Kinder? Ich glaube, ich habe an den Kindern mega Freude. Das ist mega meine Freude. Ich habe es gerne, wenn sie reinkommen und wenn es laut ist. Ich liebe es, wenn es laut ist. Wenn es ruhig ist, ist es fast unangenehm. Dann ist irgendetwas nicht gut, oder? Wenn sie reinkommen und erzählen. Aber ich finde das mega schön, weil es mich lebendig hält. Oder es hält mich auch fern von mir zu viele Gedanken machen über anderes. Ich beschäftige mich fest mit ihnen. Und das ist auch gut so. Für das bin ich Mami. Und ich wollte schon immer viele Kinder. Wenn, dann viele. Und sonst keine. Aber so passt es perfekt. Und jetzt schauen wir auf dein Leben. Du bist als Kind aus Israel, hier in die Schweiz, adoptiert worden. Glückliche Kindheit gehabt. Was sind deine Erinnerungen? Wir hatten es sehr schön. Ich bin auch die Pfarrerstochter. Wir hatten ein mega schönes Haus. Du bist einfach auch wichtig als Pfarrerstochter. Du hast eine gewisse Rolle. Und die hat mir Identität gegeben. Das war mega gut. Wir waren sehr viel draussen mit meinen Eltern. Ich hatte viele Freunde. Ich war sehr beliebt. Und das habe ich auch sehr genossen. Es hat mir sehr gut getan. Und ja, das waren einfach schöne Momente gewesen. Ganz einfache. Laufen am See. Oder du aufs Federball spielen. Gar nichts Spezielles. Und dann gab es aber einen Knackpunkt mit elf. Wie viele, ihr seid gezügelt. Was ist dann passiert? Genau. Wir mussten gezügelt in die Ostschweiz. Es gab einen ziemlichen Bruch vom Aargau in die Ostschweiz. Der Dialekt, alles musste sich verändern und anpassen. Und ich habe dann zum ersten Mal erlebt, dass ich nicht gut ankomme bei anderen. Schon weil ich anders geredet habe als diese. Und das hat bei mir sehr viele Verunsicherungen ausgelöst. Ich musste zuerst gehen. Meine Eltern sind später nachgekommen. Ich musste auf Schuljahre schon dort sein. Und das war sicher auch nicht ideal. Ich war bei einer Familie, die ich nicht gekannt habe. Ich musste dort leben und in die Schule gehen. Und dort hatte ich einfach sehr viele traurige Momente. Von dem wirklich schönen Einbetteten. Ich bin zu Hause, es geht mir gut. Ich bin einfach alleine und nicht angenommen. Und zum Aussenseiten ziemlich schnell geworden. Und nachher kam die Lehrzeit. Die war auch nicht allzu einfach. Und bist du dann ein wenig ab der Rolle gegangen? Was ist alles passiert? Ich habe irgendwann erfahren, es gibt einen Namen für das. Und dem sagt man Redramatisierung. Aber das habe ich noch nicht gewusst. Ich habe dann einfach gemerkt, oh, das stimmt nicht. Ich bin von einem mega glücklichen Mädchen innerhalb von sehr kurzer Zeit ein depressives Mädchen geworden, die nicht mehr rausgehen wollte, sich selber völlig verloren hat. Ich habe Essstörungen auf allen Ebenen entwickelt. Zuerst von viel Essen bis gar nichts mehr Essen und über das Erbrechen. Ich habe einfach überall versucht, mich irgendwo zu spüren, einen Zugang zu meiner Seele, die ja eigentlich einfach geschraut hat. Stopp, etwas stimmt nicht. Und ich habe halt keine Begleitung in diesem, weil es kam ja für alle völlig unerwartet, dass es mir so geht. Und man hat dort noch nicht so über Traumas gesprochen, muss ich auch noch sagen. Und ich konnte den Schrei meiner Seele nur beruhigen können, indem ich den Körper reden lasse. Und das war mit Selbstverletzung, mit Essstörungen und mit wirklich absolut zurückziehen. Also über die Traumatisierung reden wir später noch. Aber kannst du schnell sagen, woher kommt denn das? Also das fehlendes Urvertrauen, dann die Wurzelung dieser Adoption oder was ist die Ursache? Genau. Das ist so etwas, was ich im Verlauf dieser Jahre herausgefunden habe. An diesem Zeitpunkt wusste ich es nicht und nicht nachvollziehen konnte. Und das ist das, was ich allen Eltern sagen würde, die Kinder adoptieren, befassen euch mit den Wurzeln, woher eure Kinder kommen. Weil das ist etwas, was ein Kind mitbringt, egal woher es kommt. Einfach ein Kind irgendwo hernehmen ist das eine. Aber das Kind bringt eine ganze Nation mit sich zum Teil. Und die habe ich mitgebracht aus Israel. Das hat einfach niemand so gewusst oder so sich gedacht. Und ja, in dem ist das Urvertrauen, dass ich geliebt bin und gewollt bin, vom ersten Moment, in dem es mich gab, eigentlich schon gebrochen war. Weil das erste, was passiert ist mit mir, ist, man hat mich weggegeben. Und dann kann man jetzt sagen, ja, es ist doch noch gut gegangen, ist doch alles kein Problem. Und das stimmt, es ist mir gut gegangen. Aber es ist etwas so gebrochen in mir, das man nicht einfach wieder gut machen konnte mit einem schönen Leben. Aber das ist ja unbewusst, weil als Baby hast du keine Erinnerungen mitgenommen. Keine Ahnung, genau. Wie funktioniert das denn, wenn das wieder hochkommt? Das ist eben dann die Retraumatisierung. Es wird etwas getriggert. Also es kann sein, dass Leute Traumas erlebt haben als Kind und die kommen nie zum Vorschein, weil es nie mehr getriggert wird. Du bist ausgelacht, bist allein und kannst das wie abhäkeln. Und bei mir ist es jetzt halt mit diesem Umzug wieder zurückgekommen. Ich werde entwurzelt, ich werde rausgerissen aus meinem Umfeld, wo ich eigentlich eingehöre. Und in diesem Moment hat etwas in mir angefangen, sich aufzubäumen. So, nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder allein sein. Weil ich war ja trotzdem eine gewisse Zeit nicht irgendwo. Ich war dann als Baby, ich war dann nicht bei einer Familie. Ich war allein. Und das ist fatal, dass das wieder mit diesem Umzug passieren musste. Du hast gesagt, um dich zu spüren, musstest du dich selbst verletzen. Ja. Erklär mir das, ich verstehe es nicht. Ja, das verstehe ich jetzt auch nicht mehr ganz gleich. Aber es war wirklich einfach die einzige Möglichkeit, mich zu spüren. Weisst du, weil ich mich auf nichts mehr verlassen konnte. Oder vorher wusste ich, ich stehe auf, ich gehe spielen, ich gehe in die Schule, es geht mir einfach gut. Oder ich bin traurig, ist egal, ich werde auch getröstet und dann geht es mir wieder gut. Und meine Trauer hat keine Trost mehr bekommen. Meine Angst, keine Hoffnung mehr. Und mein Alleinsein hatte keine Gemeinschaft mehr. Ich war dauernd allein, dauernd traurig und dauernd ängstlich. Und das ist etwas, entweder, ich weiss auch nicht, verkümmerisch, kann ich mir vorstellen. Oder jetzt in meinem Fall, ich habe einen Zugang gesucht, meinen Körper zu spüren. Hat dir niemand helfen? Oder hast du nicht, dass man dich hilft? Ich denke, es war alles miteinander. Also wenn ich überlege, bis man als Eltern mal versteht, da ist etwas nicht gut, braucht es eine Weile. Da kann ich aus Erfahrung reden, von meinen eigenen Kindern. Und bis man dann etwas machen kann, vergeht auch noch mal Zeit, wertvolle Zeit. Meine Eltern haben reagiert. Ich kam dann auch in die Jugendpsychiatrie nach einem Selbstmordversuch. Und zwischendurch kam die ganze Pubertät noch, die Eheveränderung bringt. Dort war eigentlich keine Chance. Also ich würde heute sagen, ich glaube, ich hätte es nicht besser machen können, als meine Eltern. Und ich musste dann aus diesem Stadium von totaler Erschöpfung und Lebensmüdigkeit in die Lehre. Und das war eigentlich von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Ich hatte gar keine Freude mehr mit, um mein Leben zu gestalten oder irgendetwas zu planen. Ich wollte eigentlich nur noch im Bett liegen. Und ich habe dann das auch nur ein halbes Jahr gemacht, diese Ausbildung, und dann mit einem Knall abgebrochen. Genau. Was für ein Knall? Mit dem Selbstmordversuch. Kurz vor Weihnachten. Und ich fand, jetzt ist es fertig. Ich mag nicht mehr, oder? So wie Zeitversuche, das zieht man immer so die Schuhe ab. Nachher bist du in die Jugendpsychiatrie gekommen. Richtig. Es sieht etwas besser. Einen Moment vielleicht schon, weil man hat sich um mich gekümmert. Ich war dann in Behandlung wegen einer Essstörung. Das ist ja schon mal gut. Und das hilft ja auch auf einer gewissen Ebene. Aber es deckt ja nie die ganze Not ab. Es sind ja alles nur Zeichen von etwas ganz tief bei den Wurzeln von mir. Das ist nicht gut. Einfach so hast du keine Essstörung. Und einfach so reizt dich nicht. Und dort kam das erste Mal das Thema Adoption. Bis dahin habe ich nicht einmal gehört, dass das ein Problem sein könnte. Im Sinne von, das muss man voll aufschaffen. Und aufgrund davon konnte ich natürlich schon mal ein bisschen in diese Thematik eintauchen, aber nicht wirklich. In diesem Alter. Wir haben pubertiert dort. Wir haben dort randaliert. Ich bin auch abgehauen dort. Wir haben dort konsumiert. Alles Mögliche schon probiert. Ich habe dort auch jemanden kennengelernt, den ich später wieder getroffen habe, wo auch wirklich keine gute Beziehung war. Es hat halt auch viel anderes mit sich gebracht. Und du sauerst dich so etwas mit Gleichgesinnten. Von daher bin ich, glaube ich, im Endeffekt etwas kaputt daraus, als ich innen bin. Würde ich jetzt mal so behaupten. Und nachher bist du in einer Clique gewesen. Du hast schon gesagt, ihr habt Drogen konsumiert und dann im Laden die Zeugs klauen. Wie muss man sich diese Zeit vorstellen? Ja. Einerseits war es eine mega Befreiung für mich. Ich hatte dort zum ersten Mal nicht mehr so den Fokus auf meinem Inneren. Sondern ich habe viel Schmerz einfach gestillt mit Betäubungsmitteln. Und ich bin ja nach der Psyche zuerst nochmal nach Hause. Und wir haben es probiert und irgendwie auffangen und so. Aber ich bin so depressiv geworden. Also ich kann mich erinnern einmal. Mein Vater ist einmal in mein Zimmer drin. Es hat gestunken dort drin. Ich hatte ja auch Essen dort drin. Also erbrochenes Essen dort drin. Also ich gehe auch nicht mehr aufs WC. Nur für das. Und ich reisse das Fenster auf, das Licht rein. Und ich bin fast gestorben ab diesem Licht. Und dort habe ich dann schon gemerkt, das kann doch eigentlich nicht sein. Aber ich war zu jung, um dort einen Change reinzubringen. Ich war schon so tief drin. Ich bin dann aus einer Depression. Eigentlich hätte ich ein Jahr ins Ausland gehen sollen, was dann nicht ging. Ich habe dann versucht, mich irgendwo auf den rechten Weg zu bringen. Das ging dann alles nicht. Und kurz nachdem, dass es eben nicht ging, dass ich ins Ausland gehen konnte, habe ich den Vater meiner Tochter kennengelernt. Der zukünftige Vater. Und das ist dann wirklich rasanter Bergab. Genau. Dann habe ich mich dort angefangen, geliebt und angenommen zu fühlen. Auf ganz eine kranke Art. Eigentlich war alles ab dem Moment, in dem wir gezogen waren, nur noch ein Schrei nach Liebe gewesen. Nach einer echten Bedingungslosigkeit, die mich entweggibt. Die mich behaltet. Ich habe bis heute die Angst, dass er mich weggeben könnte und mich nicht gebraucht. Und als ich ihn kennengelernt habe, hat er auf eine kranke, manipulative, narzisstische Art diese Liebe gestillt. Ich habe einfach genug, was ich bekommen habe. Und du warst einfach ein willenloses Geschöpf? Eigentlich schon. Wenn ich jetzt, als ich ihn wieder getroffen habe, 15 Jahre später, habe ich gemerkt, ich bin wirklich eine andere Frau. Ich begegne dem Mann, schaue mir in die Augen und lasse mich nicht manipulieren. Aber zu diesem Zeitpunkt habe ich das mit mir alles machen lassen. Von sexuellen Übergriff bis Drogenkonsum, weiter meine Grenzen aus, die ich eigentlich vertreten hätte. Es ist auch sehr viel Verstörendes passiert. Es ist auch vieles im Betäubungszustand gewesen. Wir sind eigentlich dauernd drauf gewesen. Mit Anstiftung zum Klauen. Wirklich Grenzen überschreiten. Ich habe gar keine Grenzen mehr gehabt. Ich habe wirklich keine mehr gehabt. Und dann kam ein Wendepunkt. Du warst nach einem Übergriff schwanger. Und ich habe es beim Klauen im Laden verwischt. Wie ist dann der Wendepunkt gelaufen? Es ist wirklich ein Wendepunkt. Ich habe mich schon manchmal verwischt. Oder ich musste mich zum Arzt bringen, weil ich zu viel konsumiert habe. Aber dort ist etwas passiert. Dort ist etwas in mir aufgebrochen. von irgendwelchen Werten, die ich eigentlich noch in mir drin hatte. Das macht man einfach nicht. So lebst du einfach nicht. Und durch diese Schwangerschaft, da ist natürlich etwas passiert in mir. Ich werde Mutter. Ich werde eine Rolle bekommen, die ich mich um mein Leben lang noch gesehen habe, dass ich sie habe. Auf dieser Ebene. Und ich glaube, dort ist auch wieder unbewusst. Wir sind immer beim Unbewussten wieder. Etwas passiert. Und dort steige ich aus. Weil Mutterschaft ist für mich und dann war etwas Wichtiges für mich in meinem Leben. Und der Gedanke, der vermutet sein, ich glaube, der hat mich rausgeholt. Und ich habe keine Sekunde daran gedacht, dass ich mich nicht behalten wollte. Obwohl rundherum vom Frauenarzt der Impuls als erstes gekommen ist, er treibt doch ab. Das macht doch gar keinen Sinn, das Ganze. Als ich gemerkt habe, das war für mich nie ein Thema. Ich glaube, dort ist wirklich etwas passiert in mir, das heil werden durfte, dadurch, dass ich Mutter werde und Mutterschaft leben durfte. Und ich bin dann in die Quellehof-Stiftung gekommen. Das ist eine Stiftung in Winterthur, in der Menschen unterstützt, um wieder Boden zu finden, Fussfass im Leben. Die haben Entzug und Therapie. Und dort bin ich dann hin, in der Hoffnung, dass der Vater von Dalia eigentlich mitkommt. Denn eigentlich wollte ich die Beziehung ja behalten. Und ja, so bin ich von der Strasse weg. Allein. Da habe ich wieder sehr einsam gefühlt. Ich bin da noch im Muster hochgekommen. Aber dann hat sie doch geholfen in dieser Quellehof-Stiftung. Das hat mir sehr geholfen. Was war der Kernpunkt, der dir geholfen hat? Also man hat halt den Fokus fest auf meine Mutterschaft gelegt. Wie bist du als Mami? Und wer ist... Wie ist Tochterschaft, Mutterschaft? Heute würde ich sagen, ich hätte vielleicht noch mehr den Fokus gebraucht auf meine Tochterschaft. Weil die war ja immer noch am Schreien. Auch wenn ich im Quellehof war. Ich war dort wirklich safe. Man hat sich sehr gut gekümmert. Es sind gute Beziehungen entstanden bis heute noch. Und das schätze ich sehr. Aber ich bin aus dem Quellenhof wieder raus. Und in fast dieselben Muster wieder hineingekommen innerhalb von wenigen Wochen. Als ich nicht mehr dort gewesen war, in diesem geschützten Rahmen. Weil eben das Fundament war trotzdem angriffig. Vielleicht sogar wirklich kaputt gewesen. Und auf so etwas kann man nicht gut wachsen. Wenn die Wurzel kaputt ist, gibt es keine gute Frucht. Und das war wie wir gesehen. Man hat zwar angefangen, wie man bei einer Studie im Winter rumschnipseln oben. Und das war sicher gut. Aber unten dran war es einfach faul. Und was hat dann die Wurzel heilen lassen? Gesund werden lassen? Für mich ist ganz klar, dass Gott mit mir ist. Und dass er mich im Ganzen sieht. Von Anfang an bis jetzt. Und dass er mich heilt und heilen will. Was mir auch mega hilft, das mache ich ja jetzt immer noch, ist meine Traumatherapeutin. Ich gehe in die Traumatherapie und darf auf einer Ebene, wo ich, du hast es vorhin gesagt, es ist ja alles unbewusst. Und das ist genau das. Es ist so viel Unbewusst hier drin, die ich nicht kontrollieren kann, die ich auch nicht den Zugang dazu finde, durch gute Bücher zu lesen oder gute Sachen zu hören. Das kommt gar nicht an. Weil es ist so eine Blockade zwischen mir und meiner Vergangenheit. Die muss zuerst gelöst werden. Und da bin ich jetzt dran. Und es ist schon erstaunlich viel Führer, was ich nie erwartet hätte. Ich komme nochmal auf die Retraumatisierung zurück. Wenn man da etwas versucht, auszuholen. Ja. Dann ist ja der nächste Schritt verschaffen. Genau. Anpacken. Wie läuft das bei dir? Es gibt Dinge, die kann ich ganz gut alleine angehen. Wenn ich merke, das ist komisch, ich reagiere immer gleich und immer so negativ, kann ich auch sehr gut mittlerweile mit meinen Skillers, den ich kann, so selber angehen. Und dann gibt es Themen, die kommen immer und immer wieder. Zum Beispiel das Gefühl von, alles, was ich mache, ist nicht gut. Oder ich genüge eh nie. Oder ich bin nicht schön genug. Es ist nie genug. Ich bin nie sicher in dem, wer ich bin. Aber hast du dir das eingesprochen, eingeredet, oder hat das jemand anderes gesagt? Ich glaube, das kommt wirklich aus dem Aufvertrauenverlust, den ein Kind hat, wenn es bei seinen Eltern aufwachsen kann. Ich meine, wir machen das Eltern alle Fehler. Und dann schreit du dir mal dein Kind an und schimpfst mal unbegründet. Aber es gibt ein Aufvertrauen zu den Eltern, wo man eben sieht, da ist eine Bindung rum, die kann man nicht einfach nur, weil man nicht bei den Eltern ist. Und auch wenn ich meine Eltern noch nie sehe, meine lieblichen Eltern, ich habe keine Ahnung, wie sie aussehen, ich habe keine Ahnung, wer sie sind. Ich bin mit ihnen, mit allem, was ich bei ihnen verbunden. Das konnte man nicht durch den Landeswechsel trennen. Und das erschüttert einen eben mehr, als man meint. V.a. als Erwachsener denke ich mir so, also bitte, du bist doch eine gestandene Frau, du hast fünf Kinder, bist du heiraten. Und trotzdem erschüttert mich das immer wieder. Du hast gesagt, du bist noch so viel ein Prozess, aus dieser Selbstzerstörung heraus. Wo bist du dann noch überall dran? Wie viele Baustellen hast du? Hm. Deutlich weniger. Man reift ja auch mit den Jahren. Das ist ja auch das. Man gibt dem auch manchmal die Schuld. Ich bin wirklich jung, bei das rein gerutscht. Ich käme immer noch mit einem enormen Minderwertigkeitskomplex. Also ich nehme mich nicht so wohl, wie man mich wahrnimmt. Auch Komplimente und Lob von meinem Äusseren, das kann ich fast nicht annehmen, weil ich fühle mich nicht schön. Da kommt noch ein Bild von mir rein, das einfach nur von der Krankheit, von der Magersucht herkommt. Mittlerweile bin ich aber an dem Punkt, dass ich genau weiss, wie ich mich aber schön fühle. weil ich es mir einteniert habe. Ich mache es am Morgen immer gleich. Ich lege mich an, ich mache mich parat, ich lese die Bibel, ich lasse mich füllen von dem Guten. Und so komme ich durch den Tag. Es gibt Tage, wo es mir ungut geht und es gibt Tage, wo es mir wirklich nicht gut geht innerlich. Und meine Baustelle ist hauptsächlich meine Wahrnehmung bei mir selber. Weil ich nehme mich einfach sehr negativ vor. Ich habe auch das Gefühl, ich störe immer ich bin immer zu viel und zu laut. Und ich glaube, das ist auch so eine Urangst von wenn du auffallst oder wenn du negativ auffallst, könnte man dich ja eben wieder weggeben. Das ist einfach so tief. Und da, wo ich so in dieser Negativspirale, in der Depression, glaube ich, ist das wie einfach eine andere Form gewesen von, haben Sie mich wirklich gerne? Und wir helfen Strukturen und klare Abläufe. Enorm. Um die Türe zu machen bei der Depression, sagen, nein, ich habe jetzt keine Zeit für dich. Ich kann das tun. Und das wird dann auch angesprochen mit dem Christian. Also, weisst du, die Kommunikation auch in der Ehe, zu sagen, hey, heute hat die Essstörung wieder angeklopft oder wer klopft alles an? Ja, viel. Nein, es ist vor allem wirklich der Minderwertigkeitskomplex der immer angeklopft. Der wirkt sich halt aus aufs Essen. Aber wie ich eben gesagt habe, durch den Sport weiss ich, ich brauche das Essen und es hilft mir sehr, der Sport. Es hilft mir auch, dass ich mit den Hunden laufen muss. Manchmal ist es auch, wie es müsse, aber es ist trotzdem auch gut. Und es hilft mir auch, dass der Tag des Kindes kommt, dass es läuft, dass der Tag gefüllt ist. Und wenn es mal nicht gut geht, also mein Mann merkt das eh, ich muss es mir gar nicht sagen, der sieht mich und er weiss es ja. Und wir reden da gar nicht fest darüber, weil es ist einfach, wie es ist. Manchmal. Und dann musst du einfach durchbeissen. Aber es müsste jetzt passieren, dass man das auch noch weg brächt. Ich meine, es mache den Tag so viel ringer, so viel schöner. Hey, ich nehme einfach alles, was ich an Heilung bekomme, nehme ich einfach an, so wie es ist. Weil ich weiss, dass Gott sein Tempo hat. Und ich habe es jetzt schon so manchmal erlebt. Weisst du, ich nehme jetzt das Bild von den Pflanzen nochmals. So eine Studie, wo du irgendwo einpflanzst, die kann nicht weglaufen. Du pflanzst sie in den Boden und dort muss sie klarkommen. Und im Winter ist es einfach so, dass sie entweder geht sie ein, oder sie macht die Ressourcenverarbeitung in die Wurzeln und geht ganz tief in die Wurzeln. Damit im Frühling das Blühen kommt. Und ich warte auf den Frühling. Ja, kommt. Das Blühen kommt. Und ich muss wie vertrauen haben, dass die Zeit jetzt, wo ich manchmal denke, es blüht ja nichts, es ist ja alles abgehackt und alles tot, dass in dieser Zeit meine Wurzeln ganz, ganz tief gehen. Und was ich jetzt machen kann, ist, ich gebe dieser Wurzel einen guten Boden. Wenn ich mich fülle mit negativen Sachen, wenn ich zu lange auf Insta bin, es macht einfach etwas. Ich fühle mich nachher nicht besser. Und dort muss ich einfach sehr weise umgehen. Ich muss meine Wurzeln in guten Boden einbetten und vertrauen darauf, dass der Frühling kommt. An dem habe ich mich fest, der kommt. Unbedingt. Wo holst du denn heute den Wert? Ich hole ihn im Fall einfach wirklich bei Gott. Weil ich weiss, egal woher ich komme, egal woher ich gehe, er gibt mir eine Entität. Er sagt mir, du bist mein geliebter Kind. Ich habe dich von Anfang an geliebt. Und wenn ich diesen Satz nicht hätte, dann hätte ich nicht mehr viel. Weil ich hatte eine Zeit lang nur noch diesen Satz, ich habe dich von Anfang an geliebt, auch wenn deine Mutter dich weggegeben hat, auch wenn dein Vater dich weggegeben hat. Ich habe dich geliebt. Und ich glaube, dieser Satz hat mich wirklich am Leben gehalten. Über all die Jahre, aber auch bis heute. Weil es fährt mir heute z.T. noch schwer, die Liebe von Menschen anzunehmen. Ich fühle mich eigentlich nie geliebt. Es gibt ganz selten Momente, wo ich merke, meine Kinder haben mich gerne. Aber es gibt immer noch eine Blockade zwischen mir und der Liebe. Da bin ich jetzt dran. Und ich weiss, irgendwann stehe ich auf und ich fühle mich geliebt. Ich freue mich auf den Morgen. Ich glaube, dann stehe ich auf, wie ein hüpfendes junges Reh. Aber jetzt ist es halt so, dass ich aufstehe. Ich weiss, hey, es ist eine Schwere da. Eine Traurigkeit da. Was ich schon krass finde, ist, und du sagst, dass die Essstörung oder die Depressionen immer wieder anklopfen. Vielleicht nochmal ein Tipp oder ein Rezept für die Menschen, die das genau gleich erleben. Ich glaube, es ist für jeden Menschen ein ganz anderes das Gespüren von sich selber. Mir hilft einfach am allermeisten, mich mit guten Menschen zu umgehen. Mich nicht mit solchen Leuten zu fest befassen, die im Gleichen drin sind, sondern mich entscheiden für das Leben. Nur ist es so, ich weiss es aus eigener Erfahrung, in dem Moment, in dem es einem so schlecht geht, ist es sehr schwierig, sich für das Leben zu entscheiden. Und ich hätte es ohne Gott nicht geschafft, weil meine Kraft genügt nicht. Meine Kraft reicht nicht. Aber dort, wo meine Kraft aufgehört hat, hat sich Gottes Kraft eingeklinkt und hat übernommen. Und das ist etwas, das ich jedem wünsche, das an diesem Punkt steht von eigentlich macht das Leben keinen Sinn mehr. Das mag ja wirklich so sein, das ist eine Realität. Und ich würde in solchen Moment immer auf Gott verwiesen, weil etwas anderes hätte mich nicht an dem Punkt gebracht, wo ich jetzt bin. Du hast gesagt, Gott hilft dir. Wie spürst du das ganz konkret? Wie spürst du das genau? «Gespüren» ist so ein grosses Wort. Manchmal spürt man einfach gar nichts und weiss, es ist trotzdem so, wie es ist. Es gibt so Tage, dann lese ich meine Bibel und ich lese immer die gleichen Versen, wo ich weiss, wenn ich diese lese, dann tut es mir gut, weil es einfach mit mir etwas macht, positiv. Und dann gibt es Tage, wo ich das mache und nichts spüre. Ich mache die Bibel zustehen, auf und fühle mich nicht besser. Aber ich weiss, es ist trotzdem wahr. Es ist Wahrheit, die ich über mein Leben ausspreche, wo ich mich ganz bewusst in die Wahrheit hineinstelle, wie so eine Dusche, und sage, diese Gedanken bestimmen meinen Tag. Wenn ich zuerst das Handy vornehme und zuerst auf Instagram gehen und mich da durchscrollen, dann bestimmt Minderwert meinen Tag, weil ich bin ja immer schlechter als diese Supermütter auf Instagram. Und so entscheide ich mich, dass ich auf Gottes Stimme hören will. Und manchmal fühle ich eben wirklich nichts und dann fühle ich wieder mega viel Geborgenheit und mega viel Sicherheit. Und du hast ja eine wunderbare Familie. Ja, total. Mit dem Christian zusammen, wunderbare Familie. Wie wichtig ist dir das? Zeitlang war es eben so, dass auch das um Kämpfe war. Weil ich keine Liebe mehr empfunden habe. Für mich und für meine Mitmenschen. Liebe die Nächste wie dich selber. Oh, ich liebe mich nicht. Oh, ich stehe schon an. Ähm, habe ich eben auch das als sehr schwer empfunden, meine Familie zu lieben und zu ehren. Aber das ist zum Glück wirklich etwas, das wirklich geheilt ist. Was vorbei ist. Wo ich durchgegangen bin. Der Prozess ist für mich dort abgeschlossen. Ich freue mich auf meine Kinder. Unsere Ehe ist umgekämpft und wir sind immer daran, uns zusammen zu raufen und zusammen zu bleiben. Aber auch das ist einfach eine Entscheidung zu vertrauen darauf, dass der Frühling kommt. Und in diesem Moment müssen wir sagen, wir sind hier, wo wir sind. In diesem Zuhause, mit diesen fünf Kindern. Wir können nicht weg. Oder die Studen. Wir können nicht weg. Wir bleiben hier. Und wir wachsen jetzt einfach in Tiefe. Und so halten wir uns einfach an diesem Fest. Also was ich jetzt in eurer Familie gesehen habe, ist schon recht viel Frühling da. Ja, das ist aber schön. Danke. Salome, danke vielmals für die Offenheit, dass du uns so in dein Leben hast einschauen lassen. Alles Gute für dich, für deine Familie. Danke vielmals. Wenn Sie noch Anregungen oder Fragen zu der Sendung haben, dann schreiben Sie uns. Wir freuen uns auf Ihres Feedback. Danke für das Interesse. Bitte schauen. Die Sendung wird unterstützt von Speicher Handwerk AG. Ihr Fachgeschäft für Naturfaserkleider. Speicher-Handwerk.ch